Endotherme Reaktionen Reaktionen laufen nach derselben Grundlage ab. Zwei Reaktionspartner, die Edukte, reagieren miteinander zu anderen Stoffen, den Produkten. Dabei unterscheidet man zwischen zwei Formen der Reaktionen, Exo- und Endotherme. Endotherme Reaktionen, die Gegenstücke zu Exothermen, sind die Reaktionen, denen man Energie zuführen muss, damit diese stattfinden. Sie zeichnen sich damit aus, dass die Differenz der End- und Ausgangsstoffen stets größer als Null ist. Bedeutet, die innere Energie im System vor der Reaktion ist geringer als die nach der Reaktion. Eine Endotherme Reaktion beginnt, wenn genügend Energie dem System, also den Edukten, zugeführt wurde. Erst durch diesen Vorgang wird die Reaktion hexagon, d.h. thermodynamisch günstiger und kann überhaupt stattfinden. Im Laufe der Zeit, in der die Reaktion stattfindet, wird weniger Energie wieder frei, als zugeführt wurde, da die Ausgangsstoffe einen Teil davon einschließen, was zu der höheren inneren Energie der Produkte führt. Als Beispiel für eine Endotherme Reaktion gilt z.B. die Kalkausfällung oder das Mischen von Brausepulver mit Wasser. Indem das in den Tabletten oder Pulver vorhandene Natriumhydrogencarbonat und der Wein- oder Zitronensäure mit dem Wasser reagiert, zu Natrium-Tartrat. Bei Weinsäure oder Natrium-Zitrat, bei Zitronensäure und Kohlensäure. Ein Beweis, der dafür spricht, dass dieser Prozess endotherm ist, ist, dass das Wasser mit der Brause abkühlt, da die innere Energie des Wassers für den endothermen Prozess umgewandelt wird.